Ich würde gerne irgendwie umbenennen. E-Ausrüsten. Guck mal. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe kein Schimmer. Ich werde danach wieder komplett nackig rumlaufen. Weil ich hier total planungslos durch die Gegend laufe. Das heißt, ich muss erst mal was zum Schreiben holen. So, da bin ich wieder. Ich habe mir mal alles aufgeschrieben. Was ich jetzt hier an habe. Weil ich würde das sonst nie im Leben wiederfinden. Und jetzt muss ich mich quasi mal ausprobieren. Und bei der Bekleidung. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Timor. Ich mache jetzt einfach mal hier. Also hier ist sowas. Erstmal muss ich die ganze alte Zeug hier auch ziehen. Mehr links, Kapuze. Meiers TV Ring könnte ich noch anlassen. Die kaiserliche Armschienen hochwertig sind auch ausgezogen. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf aller Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Aber was soll ich denn anziehen? Meine Güte. So, ich gehe jetzt mal runter. Hals, Kette, Helm der alten Kötter. Äh. Gut. Waffen. Äh. Favorit entfernen. Gut. Gut. Jagdbogen. Eisenpfeiler. Und das abgeschworene Schwert. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier anziehen soll. Dazu brauche ich Bionalos Hilfe. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß jetzt hier abgelegt. Und habe immer noch keine Ahnung. Ja. Schlimm, dieser Frosch im Hals. Äh, Bekleidung. Ja, keine Ahnung. Was ist, wenn ich ein Ohr noch ran... In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf andere... Welche Kleidung? Warum hat die eigentlich immer noch ihren Bogen gean? Ich sollte eigentlich keine Waffen haben. So. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Was hat die mir denn eigentlich gegeben? Verdammt nochmal. Ähm. Journal. Diplomatische Immunität. Ähm. Die Lage scheint noch schlimmer zu sein. Delfine. Die Delfine, äh, als Delfine bisher vermutet. Blablabla. Blablabla. Kontakt zum Malborn. Ähm. Swinkender Skiba. Einsamkeit. Blablabla. Blablabla. Gut. Ähm. Bekleidung. Ich habe jetzt so viel Scheiß, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Äh, Talmor. Äh. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor. Okay. Ich habe sogar den Ring abgesetzt. Markante Wachrüstung, Nordmanns-Handschuhe, nein, Novizen-Kapuze, Panzer, Pelz. Gut. So, Weißläufer-Wachrüstung. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor. Gut. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich werde mir jetzt mal, was habe ich hier aufgeschrieben? Ist so eine Scheiß. Äh, die Lehrlingskapuze wieder aufsetzen. K-L-L-L-L, Lehrlingskapuze. Gut, dann den Meyers-TV-Ring, K-L-M-N. Dann den, ähm, Novizen. Der Zerstörung, genau. Äh, Stahlschuhe, Q-R-S-T. Stahl. Hochwertig. Und K-K ist weiter vorne mit den kaiserlichen Armschienen. Äh, E-F. Kaiserliche Armschiene. Hochwertig. Okay. Und dann an den Waffen. Dann haben wir auf jeden Fall das abgeschworene Schwert. Äh. Was haben wir noch gehabt? Also das mit den Waffen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Jagdbogenfeind. Äh, mit Eisenfeinde natürlich. Ich gehe nochmal ganz hoch. Waffen, Beschwörung. War auf jeden Fall was mit dabei. Hm. Der Streitkolben. Ach, wie ist er ja? Der Streitkolben der Moloch. Moloch. Der ist ja super stark, ehrlich gesagt. Der ist ja echt Hammer. Wenn der ausgerüstet ist. Ja. Ähm. Flammenheilung. Schutzgeistbeschwörung. Unerbitterliche Macht. Die Waffen. Kommt. Die Waffen nochmal. Ich bin jetzt, ich war jetzt auf den Waffen. Genau. Kommt. So. Äh. Favorit hinzufügen als F. 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 Ähm. Meine noch was abgesprochenen Schwert. Hat ja relativ wenig Schaden. Drachenhaut. Okay. Unerbitterliche Macht. Moloch. Schutzgeist. Jagd. Burgen. Ob ich ihn jetzt mal mit drin habe. Ist eigentlich egal. Eisenpfeil. So. Nimm ich das auf die andere Seite. Das auf die Seite. Und dann werde ich jetzt mal eine andere Mission machen. Weil. Erstmal kommt das hier raus. Drachenblut. Ich sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Okay. Dämmerwacht bleibt ja für Bionadu. Liebste Befehle der Kultisten. Okay. Wollen wir mal machen. Muss ich dafür irgendwo hin? Ne. Wie ist jetzt da die Mission? Nicht. nicht die Befehle der Kultisten